Warnung! Feindkräfte nähern sich! Warnung! Wer diese Leute sind und was sie vorhaben, ist Trump's secret. Trauen Sie sich! Glaubhafte Abstreitbarkeit, Leute! Beschissene glaubhafte Abstreitbarkeit! Achtung! Schere Kämpfer 38 west indi Siebente. Agenten vor Ort brauchen sofortige Hilfe. Klasse Schuss. Warnung! Feindkraften nähern sich! Das sind diese Psychos! Da kommt noch mehr! Warnung! Feindkraften nähern sich! Da kommt noch mehr! Das sind diese Psychos! Wir sind unterbesetzt und können es uns nicht leisten, Leute zu verlieren. Ein Kampf mit den Cleaners! Auf die rechte Flanke! Danke für Ihre Hilfe. Eine Ehre, an Ihrer Seite zu kämpfen. Scheiß dir. Sie sind gerade rechtzeitig gekommen. Jetzt überlegen die es sich zweimal, bevor sie die JTF-Patrouillen angreifen. Hey, Sie haben was gut. Das medizinische Personal hat nicht viele Mittel. Uns fehlen unglaublich viele einfache Dinge, wie zum Beispiel Schmerzmittel. Ich habe hier einen Plan B. Ich kenne, kannte einen Pfleger. Er hatte den Ruf, immer harten Stoff zu finden. Und mit finden meine ich... Ach, ist doch egal. Normalerweise möchte ich ihn nicht wieder treffen, aber er scheint eine gute Quelle zu sein und wir brauchen dringend Medikamente. Finden Sie ihn. Fangen Sie in seiner Wohnung an. Finden Sie in seiner Wohnung an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Eigentlich transportiere ich so ein Zeug nicht. Komm schon, Mann. Wir haben Wasser, Essen und Batterien. Bring mir das Zeug und es gehört dir. Okay, gut. Wir treffen uns wie immer an der 39. West. Okay, gut. UNTERTITELUNG 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 Häng mich! UNTERTITELUNG Komm schon, komm schon! Halt! Danke. Sie haben mir Grund gegeben durchzuhalten. Hey, frische Fußspuren. Aber das ist zu dünn. Halte die Augen offen. Ich glaube, da war was. Hast du die Autos geprüft? Noch nicht. Ich gehe. Einhalb vier. Einhalb vier. Wir brauchen euch in der Basis. Schnell. Roger. Sind unterwegs. Wir rücken ab. Bring noch ein paar Treppen mit. Wir... Ich... Halt die Klappe. Hier geht es nicht. Gordon Nordbahnhof am Ausgang. Achte Straße. Wir treffen uns dort. Ich bin auf der Seite. Aktives Echosignal geortet. 1-2-1, 2-1, 2-1. Bobby, ich habe jemanden vom Pressebüro erreicht. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, sie wüssten es nicht. Aber die Heimspiele sind auf unbestimmte Zeit verschoben. Und die Flughäfen dicht. Also kann niemand weg. Der ganze Liga-Betrieb ruht. Die können nicht einfach nicht spielen. Ich weiß. Die Welt ist verrückt geworden. Ich bin kein Arzt. Ich bin verdammter Pfleger. Habt ihr ihn? Wir sind schon an der Klinik. Wir werden ihn jetzt rausbringen. Wir haben ihn. Er kommt hoch. Okay, bringt ihn rüber. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Dinger! Dinger! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nein! 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 Das ist der Tieren! Das ist der Tieren! Klapp's dir ein paar Schäden ein! Ich sag's dir ein paar Schäden ein! Das ist völlig irre! Niemand sagt mir mehr, was ich tun soll. Das ist ein Vergnügensein. Tut mir leid für dich. Perliert keine Zeit. Greift an! Was dauert das so lange? Sie haben Alex! Oh Gott, sehr Dank. Die Jungs sind wegen dem hier voll durchgedreht. Ich wusste, Kendall würde jemanden schicken, um mich auszuholen. Gut zu wissen, dass Michael überlebt hat. Unkraut vergeht nicht, oder? Ihre Freundin Lau sagt, sie schickt ihm eine Eskorte. Das ist gut, denn wir müssen ihn jetzt im Auge behalten. Bitten Sie nur nicht mich darum. Ich will nicht mal ansatzweise in seiner Nähe sein. Oh Gott! Geil rein! Ich habe endlich wieder Hoffnung. Wir haben einen Punktspruch abgefangen. Wir können denen nicht vertrauen. Ist mir doch scheißegal. Der Deal ist schwale von Vorteilen. Wir brauchen Waffen, aber... Wir treffen uns in der 38. West. Jet-TF-Verstärkung angefordert. Warnung! Gegner nähern sich. Warnung! Feindkräfte nähern sich. Erkrovisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Warnung! Feindkräfte nähern sich. Warnung! Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Dich erledige ich doch gern. Bin im Vorteil. Warnung! Feindkräfte nähern sich. Erkrovisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Hey, nur keine Schreck! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Danke für die Hilfe, Agent. Wir übernehmen ab hier. Irgendwas stimmt nicht. Die Werbetafeln, sie gehen auf. Die Werbetafeln, sie sind gut. Das war's für heute. Erfassen Sie ein Echo in der Nähe. Danke. Vielen, vielen Dank. Hey, wie wär's, wenn wir alle mal tief durchatmen? Hey, wie wär's, wenn wir alle mal tief durchatmen? Oh, ich geschneid! Oh, ich geschneid! Hier ist Sparrow 2. Sehen uns ihre Position. Das sind diese Flüchers! Nur ein Feind! Passt auf! Cleaner! Warnung! Keine Hände näher an sich! Aufschuss! Lass die Cleaners! Ich bin stolz, mit ihnen zu kämpfen. Warnung! Feindkräfte näher an sich! Warnung! Feindkräfte näher an sich! Warnung! Warnung! Ich bin stolz, mit ihnen zu kämpfen. Warmo, Feindkräfte nähern sich. Ich bin stolz, mit ihnen zu schützen. Ich bin stolz, mit ihnen zu schützen. Ich bin stolz, mit ihnen zu schützen. Gut, dass sie aufgetaucht sind. Hier ist Sparrow 2. Wir sind vor Ort und in Position. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Ich nehme den. Schau, wie das jetzt liegt. Gut, dass sie nicht auf uns schießen. Wir bleiben hier, ein Mordschutz. Sterbt jetzt! Verratet in eurem Bett! Das sind die Kampagne. Danke. Sie ahnen nicht, wie dringend wir den Nachschub brauchen. Sie haben die Gefahr. Und dass sie aufgenommen sind. Das sind die Kampagne. Danke. Sie ahnen nicht, wie dringend wir den Nachschub brauchen. Ich bin stolz, mit Ihnen zu kämpfen. Gut, dass Sie aufgetaucht sind. 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 Was ist das? Was ist das? Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist jetzt vorbei. Warnung! Feindkräfte näher an sich! Vorbei! Haltet euch nicht zurück! Bringen wir das hinter uns! Erledigen! Das glaube ich nicht! Was ist das? Warnung! Feindkräfte näher an sich! Nimm das! Wie ein Lamm auf der Schlachtbahn! Das wird uns erst gleich sein! Ja! Ja! Wir verlieren keine Zeit! Die Erde verloren! Ja! 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 Warnung! Feindkräfte nähern sich! Feindkräfte nähern sich! Bringen wir nach hinter uns! Feindkräfte nähern sich! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Feindkräfte nähern sich! Feindkräfte nähern sich! Danke! Wir werden diese Medikamente dringend gebraucht! Feindkräfte! Feindkräfte nähern sich! 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 Zeugnet man sich! kontakt.. Feindkräfte nähern sich! Feindkräfte nähern sich! Nun, wir haben beide reichlich zu tun. Wir reden später. Dies ist eine Mitteilung der Rettungsdienste. Die Besuchszeiten in der Klinik wurden eingeschränkt. Die neuen Zeiten sind von 12 bis 14 Uhr. Der Times Square war für sowas nie ausgelegt. Eins der Betten ist leer. Tut mir gut, sie zu sehen. Da sind sie ja. Das bedeutet, sie ist von allein auf gestanden und gegangen. Wir müssen sie finden. Sie ist noch ansteckend. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut.